hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen photoshop tutorial von mir das ist jetzt glaube ich das fünfte was ich aufnehme immer noch mal heute noch mal ohne webcam da es einfach unwichtig ist heute möchte ich zeigen wie man sein porträt auf eine steinwand gezeichnet bekommt so als ob es aussieht als ob sich da tatsächlich eine mühe gegeben hat und mit kreide das porträt an die zeichnet hat ich öffne mir mal ein eine steinwand die ich mir frei aus dem internet besorgt habe eine also handelsübliche steinwand die ich aber noch einmal vorher in ein ja ein eine datei konvertieren muss die ich nachher noch mal brauche um das gesicht an diese steinwand anzupassen das ganze haben wir schon einmal gemacht ich glaube in dem tutorial nummer zwei ich bin mir nicht gar nicht ganz sicher ich gehe auf filter und die auf den weichzeichnungsfilter und gehe auf gauscher weichzeichner mache das ganze mal hier auf drei pixel also relativ weich konvertieren wir das in ein schwarz weiß also mit shift steuerung in schwarz weiß und speichern wir das einmal ab unter wall dis wall dis habe ich jetzt einfach nur genannt ihr könnt es nennen wie ihr wollt hauptsache findet es nachher wieder speichern wir das ganze hier wohl sache dass er das maximieren soll und kann das auch schon wieder schließen maximieren soll dass er das so speichern soll ja dass das so richtig ist soll ich sagen öffne mir die wand noch einmal und dann brauche ich natürlich auch noch ein porträt von mir das ganze öffne ich mir auch noch mal da übel nehme ich jetzt einfach noch mal dieses porträt was ich sowieso schon mal hatte oder nämlich dieses porträt ich bin mir gerade nicht ganz sicher ja ich nehme dieses dieses gesicht von mir was nicht das beste porträt von mir ist aber ich nehme es jetzt einfach mal markiere mir grobe mein gesicht ich nehme das hemd auch ruhig mit mit das hat gerade schöne wand ecken hier muss man natürlich darauf achten dass hier bart und sowas alles mit drin ist so dass die haare jetzt nicht vollständig mit drauf sind oder dass das so grün ist etc das ist eigentlich relativ egal theoretisch könnte man das sogar noch ein bisschen weg machen also dass diese haar ansätze und das alles das braucht man nicht unbedingt oder ich versuche mal jetzt einfach mal eine andere methode ich versuche jetzt einfach mal live im video weil ich mich nicht vorher überlegt habe ob das überhaupt funktioniert eine andere methode und zwar gehe ich jetzt mal auf auswahl hier auf farbbereich wie mir die grünen wie mir die grünen töne aus hier oben bei auswahl dann hat er mir schon eine auswahl getroffen sache einfach mal okay jetzt müsste er nur die grünen ausgewählt haben und wenn ich jetzt entfernen drücke oder mir alle grünen töne wird weg wunderbar also ziemlich alle ich habe noch mal entfernen gedrückt dass das jetzt hier ein bisschen weich ist weiß ist das ist eigentlich relativ egal ich mache jetzt einfach mal kann ich das jetzt noch machen dann markiert er mir nur die grünen töne da gehe ich jetzt einfach mal aus auswahl kann ich dann markiere ich mir das halt so noch mal raus ohne die grünen töne im haar das war jetzt eine schnelle methode so etwas auszuwählen ohne dass die grünen töne mit großartig mit drin sind das ist jetzt nicht ganz so grün das ist aber auch nicht so wild ich mache mit steuerung j eine kopie davon nimm mein auswahlwerkzeug und ziehe mir das in mein anderes bild mit rein um so das habe ich zwar immer noch ein bisschen grünen töne mit drin ist aber nicht so schlimm muss jetzt etwas rauszoomen habe die ebene die ich eben eingeführt habe noch aktiv drücke steuerung t um das zu transformieren halte shift gedrückt fast an einer ecke an so behalte ich die proportionen bei und schiebe das mir mal so ins bild wie es mir gefällt einfach mal so drücke enter summe das wieder ein bisschen ran und jetzt habe ich mich schon mal da drinnen drücke jetzt doppelt auf meine ebene die ich immer eingefügt habe und fühle eine kontur hinzu die kontur darf nicht zu dick sein die nehme ich jetzt mal auf zwei pixel also zwei pixel ist in ordnung drücke ok und jetzt brauche ich noch ein äh ein zeichen filter und zwar gehe ich hier auf filter filter galerie und nehme mir fresco fresco nehme ich als bild als pinselgröße nämlich 1 pinseldetails mache ich 10 und struktur mache ich auch 1 drücke ok jetzt sieht man doch schon sieht das so ein bisschen aus als ob das einer es ganz grob gepinselt hat ja ähm ich mache das nochmal einen tick anders ich mache das mal damit ich äh eventuell noch wieder zurücksetzen kann ich äh konvertiere das bevor ich die kontur setze erstmal in ein smart objekt mache dann die kontur hinzu und zwei pixel und füge dann noch den filter hinzu fresco 1 10 1 ihr wohl so ja jetzt habe ich das ein bisschen geordneter mit dem smart filter jetzt ist der smart filter quasi noch ähm kann ich ihn aktivieren und deaktivieren wenn ich will und noch mal gegen zu kontrollieren ist manchmal ganz praktisch sowas so das ganze möchte ich aber als overlay haben also auf ineinander kopieren jetzt sieht man schon jetzt hat er die steinwand hat er äh relativ gut durchgebracht ähm möchte ich nicht so ganz deckkraftmäßig haben setze ich mal auf 80% ja das kann ich mal so schlecht glaube ich nehme aber noch eine eine helligkeit nur für diese ebene hinzu ein bisschen mal eben gucken ja so ist glaube ich gar nicht mal schlecht so jetzt äh markiere ich mir wieder beide ebenen äh halte steuerung gedrückt markiere mir die beiden mit der maustaste konvertiere die wieder in ein smart objekt nicht wundern dass es jetzt so hell wird er hat es wieder hier auf normal gestellt auf ineinander kopieren und jetzt habe ich es ein bisschen heller insgesamt das ganze machen wir wieder auf 80% damit es nicht ganz so toll durchdrückt und jetzt kommt der trick dass sich das gesicht der steine ein bisschen anpasst wie wir schon einmal kannten gehen wieder zurück auf filter gehen auf äh verzerrungsfilter gehen auf versetzen geben hier mal an 5 und 5 auf auswahlgröße skalieren und die kantenpixel wiederholen jawohl jetzt wählen wir unsere wall dis aus die wir vorhin erstellt haben und jetzt achten auf das bild so jetzt hat er so ein bisschen das gesicht der steine angepasst ist nicht viel äh und jetzt mache ich mir mal mit steuer mit shift steuerung alt e mache ich mir einen schnappschuss davon wähle mir den schnappschuss aus und zoome mal hier so ein bisschen ran hier sind da noch so ein paar grüne flecken das sieht so ein bisschen aus als ob die wand schon schimmelt an der seite das will ich natürlich nicht deswegen nehme ich mir jetzt einfach mal meinen kopierstempel oder nehmen wir mal äh ne dann nehmen wir den kopierstempel den kopierstempel wählen uns eine größe aus die nicht zu groß ist ja ich weiß ich habe noch nichts ausgewählt drücke die alt taste auf eine von diesen fugen sag ich mal oder dann machen wir hier erstmal fangen wir mit den steinen an hier den stein und gehe jetzt so bei gedrückter alt taste nochmal diese fuge auswählen und da setzen wir mal einfach so ein bisschen hier die schimmelflecken so das muss ja nicht so ganz penibel genau sein man kann die schimmelflecken natürlich auch drinnen lassen wenn man vorher nicht darauf geachtet hat das grüne komplett rauszunehmen aber hübscher ist es doch wenn das ein bisschen verhäb ist denke ich also der kopierstempel ist übrigens ein weltklasse werkzeug wenn man solche kleinen fehler mal eben schnell beheben möchte hier unten ist auch noch ein bisschen schimmeln mitten im stein das nehmen wir uns natürlich weg siehst du schon komplett weg und hier war mit seinem pinsel ein bisschen großzügiger hier könnte man jetzt noch auf dieser ebene hingehen und das natürlich wegradieren wenn man das nicht haben möchte ich habe jetzt schon den schnappschuss gemacht und im schnappschuss was verbessert also lassen wir das so jetzt finde ich aber müssen wir die perspektive noch ein bisschen ändern von diesem bild weil so direkt darauf geguckt sieht das doch ein bisschen komisch aus ich habe den schnappschuss ausgewählt gehe auf bild gehe auf bearbeiten gehe auf transformieren und gehe perspektivisch kann jetzt hier unten die ecke anfassen und die nach unten ziehen und dann ändert sich die ganze perspektive dieses bildes also man kann es natürlich auch so ist natürlich Quatsch ich will in diese Richtung das Foto quasi gemacht haben genau und drücke Enter und jetzt finde ich müssen wir doch noch ein bisschen mit dem Licht spielen das bedeutet ich erstelle noch mal eine neue Ebene stelle diese Ebene mal auf lineares Licht gehe auf mein Verlaufswerkzeug stelle mir hier als Farbe Schwarz ein Schwarz was ins Transparente geht und ziehe mir mal von dieser Seite zu dieser Seite eine Linie deswegen dann habe ich hier eine schöne dunkle Ecke und hier wird es langsam heller auf der Seite ja und schon habe ich doch ein schönes perspektivisches Bild jetzt speichere ich mir das eben schon mal ab als zur PEG ja wall nee wall 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 mi at wall mi at wall ist das nicht schön so öffne das ganze eben nochmal damit ihr das sehen könnt groß sehen könnt so öffnen so und schon habe ich ein gezeichnetes Bild von mir beispielsweise ein Kreide Bild von mir an der Wand ist es nicht schön viel Spaß beim Nachmachen wenn Fragen auftauchen schreibt es unten in die Kommentare schaut auf meinem Twitch Kanal vorbei da mache ich manchmal auch solche Geschichten Link dazu ist in dem äh in dem Titelbild von von meiner Seite und ja damit bis zum nächsten Mal Tschüss